Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal etwas ganz anderes. Wir probieren drei Dinge in ein Video zu bringen. Aber bevor wir richtig anfangen, möchte ich euch noch mal sagen. Checkt auf jeden Fall mal den Kanal Lautricks aus. Der macht auch FIFA Mobile Videos. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Link dafür in der Beschreibung. So und als nächstes möchte ich die Grüße rausschicken. Und zwar für die Leute, die in meinen Browstars Club gekommen sind. Das sind einmal Reptix45, Grüße gehen raus. Nils I, Grüße gehen auch raus. Blue Eyes 123, Grüße gehen auch raus. So, das waren die Grüße für die Leute, die in meinem Browstars Club sind. Und wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, geht einfach auf Browstars, geht in den Club, macht Schacht YouTube und schreibt in den Club Chat euren YouTube Name rauf. Dann kann ich euch auch im nächsten Video grüßen. Als nächstes möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, nächste Woche wird es keine Videos geben. Da bin ich im Urlaub. Also nächste Woche wird es keine Videos geben. Vielleicht nächste Woche Sonntag nochmal das Tor der Woche, wenn ich es hinkriege. Vielleicht auch nicht. Also stellt euch nicht darauf ein, dass es was gibt. Vielleicht gibt es noch was. Ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffen werde. Also nicht, dass ihr jetzt nächste Woche denkt, warum macht ihr denn keine Videos mehr. So, und dann kommen wir jetzt zum Tor der Woche. Das Tor der Woche wurde diesmal von Benjamin Pavard geschossen. Das war aus dem Stream in der 90. Minute nach einem Freistoß ein Vollrückzieher hier eingeblendet. Ja, komm, geh vorbei. Schade. Ah, er sitzt halt neben mir. So, okay. Ähm, komm, vielleicht könnte dieser Freistoß hier noch was bringen. Komm an, komm, direkt. Und er ist drin! Pavard! Jawohl! Pavard macht ihn! Jawohl! In der letzten Minute war das, was war das denn für ein Tor? Vollrückzieher! So, vielen Dank fürs Anschauen dieser kurzen Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Bis zum nächsten Mal und tschüss!